So, hallo, wir machen weiter bei Destiny 8. Ein Part nehme ich gerade jetzt noch am Abend auf. Das letzte Mal haben wir hier die dritte Welt angefangen und sind dann hier ein bisschen so hängengeblieben. Es geht irgendwie die Exits nicht, ich weiß nicht warum. Aber wir haben schon festgestellt, dass wir sie nicht brauchen, weil die nur auf Wege zurückfinden, auf die wir eh jetzt automatisch kommen. So, und wenn da irgendwas fehlen sollte, dann hole ich das natürlich nach entsprechend. Gut, da oben haben wir eine Yoshi-Coin gesehen, da komme ich jetzt aber nicht hin, da muss ich wahrscheinlich dann von hier aus irgendwie, ja, von da oben. Hier ist auch wieder, ich finde diese Ruine-Level finde ich sehr schön, muss ich sagen. Die sind hier in dem Heck echt gut gelungen. Die sind in, oh, die sind in dem Heck echt gut gelungen, die Ruine-Level. Also Ruine, Atmosphäre, ich kann da gut, der Kollege. Der Kollege, no hell no, so. Die Grafiken sind natürlich nicht von ihm, das weiß ich schon. Aber so, das Zusammensetzen und so, weil sie das Level-Design halt. Und auswählen muss man hier auch erstmal die Grafiken. So, ähm, okay, da ist nix. Hopps. Den blauen Switch haben wir auch geholt das letzte Mal, das ist soweit alles ganz schön. Was ist das hier eigentlich, das sieht immer so komisch aus, das ist einfach nur Pflanzen, okay. So. Zwei Yoshi-Coins bisher, ich hab bestimmt schon wieder eine verpasst. Ich hoffe nicht, aber ich hab sie bestimmt verpasst. Wie ich mich kenne. Also da war er auf jeden Fall Nummer drei, hoffentlich. Hoffentlich Nummer drei. Sicher sein kann man sich da ja nicht. Da ist dann Nummer vier, hoffentlich. Jups. Komm ich da einfach ran? Na, okay, ach so. Komm ich einfach ran, gut, prima. Und wenn jetzt nicht schon gleich das Ziel kommt, dann könnte man noch auf ne Yoshi-Coin 5 hoffen. Nie. Ja, super. Oh. Da hab ich jetzt vor lauter Yoshi-Coin den Gegner übersehen. Schön. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr euch das nochmal kurz angucken. Das hier ist das Level, wo die beiden Exits nicht gehen. Der eine führt vermutlich einfach nur hier hin, der andere führt vermutlich einfach nur hier hin. Ich weiß nicht, ob hier zwischendrin noch ein Extra-Level ist. Ich glaub's aber irgendwie nicht, deswegen. Ja, lass mal's mal so. Play-Coin? Nicht, dass ich unbedingt so scharf auf die Cut-Scenes wäre in SMB, weil die jetzt nicht sonderlich Bombe sind. Das sind einfach nur Text halt mit Bildern. Aber wieso ist Mario da? Mhm, mhm. Hector ist die Kugel, oder was? Und Bowser will sein Zeug zurückhaben. Und da haut er ihn ab. Er haut ihn ab. Er, 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 er verjagt ihn halt. So. Ja, wir sind auch da. Okay, das, äh... Das war eine super Cut-Scenes. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht, ich finde die bei SMB... Ich kann mir da nicht helfen. Es gibt sicherlich Leute, die das mögen, wenn so ein bisschen Story vorkommt, aber... Irgendwie kann ich mir bei Mario einfach, egal wie man's dreht und wendet, keine ordentliche Story vorstellen. Man kann's halt auch durch, 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 äh... Durch so einen Hack natürlich nicht so schön darstellen, wie man's jetzt, äh... Mit nem RPG oder so machen könnte. So. Aber was soll's. Was hier der Boss ist, ist ja offensichtlich, nämlich die Kugel. Sind die Kugel mit dem lustigen Namen Hector. Also bisher hatten wir ja noch keinen richtigen Bosskampf. Das war immer mehr so, ich muss fliehen vor lauter Sachen. Aber ist ja auch ne schöne Idee. So. Hier komm ich bestimmt jetzt zu dem Leben, was wir da gesehen haben. Natürlich. Schön. Warum nicht? Habe ich eigentlich... Es ist zwar ein bisschen spät, das zu überprüfen. Ja, okay. Manchmal schaltet sich mein Mikro auf Mute. Wollte ich nur kurz gucken, ob der Schalter umgelegt wurde. Weil eigentlich mach ich das vor der Aufnahme. Natürlich ist mir jetzt aber heute entfallen. Wär jetzt ein bisschen spät, hätten wir zwei Parts ohne Ton. Wär blöd. Wär natürlich nicht das erste Mal, dass mir das passiert, aber... Naja. Gerade jetzt wäre es extremst ärgerlich, wo ich eh kaum Zeit habe aufzunehmen und dann auch noch eine Aufnahme zu verkacken, die quasi wirklich komplett umsonst war. Das wäre schon so ein Worst Case. Das ist halt auch zur Zeit das Problem bei Isaac. Wo ich mir dann immer denke, ach, er hat jetzt die Stunde eigentlich echt nicht aufnehmen brauchen, wenn du das eh nicht hinkriegst. Satan zu besiegen. Aber, naja. Ist zur Zeit ein bisschen blöd alles. Kann ich da runter? Ach, ich kann hier stehen. Okay. Whatever. Kommt da was raus? Äh, da kommt mir schnell aus allen was raus. Ne, aus der Röhre hier nicht. Aber rein kann ich da auch nicht. Okay. Wie ist es hier oben? Aus der kommt nichts raus. Aber rein kann ich da auch nicht. Okay. Gut. Gut. Ist ein ganz schön langes Level. Das hätten wir nicht mehr in den letzten Part reingekriegt. So. Gehen wir mal hier durch. Und ich denke, so langsam kommt da jetzt auch der Bosskampf. Das war ja auch Shikoi Nummer 4. Haben wir eine verpasst? Ich weiß es nicht. Eine darf in der haben. Ja, wir haben eine verpasst natürlich. Außer die kommt noch beim Bosskampf. Das kann natürlich auch so. Hä? Kann ich ja... Warum? Warum hat der hier nicht einfach... Zumal da so eine komische gelbe Linie ist. Aber okay. Warum nicht? Oh. Ein erster Bosskampf. Wow. Ne. Autsch. Oh, den ohne Safe setzen wäre natürlich auch eine Geschichte. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ja. Ne. Da. Muss ich schon früher aufstehen. Komm, gib mir den Koopa. Danke. Iiii. Bams. So, dann warten wir hier, bis wieder ein Koopa kommt. Danke. Und den lassen wir runterfallen. Dann nehmen wir halt den. Und stirben. Jawoll. Gut. Das war der erste Bosskampf. Wow. Also die Senatmitglieder sind ganz schön, äh... Interessant. Sägeblatt. Äh... Ne Stachelkugel. Und ein Swamp. Sind die Mitglieder des Senats. Hm. Warum nicht? So, Plum, das hat eins. Diesmal können wir mit der nächsten Welt gleich anfangen, weil wir ja das letzte Mal Welt 3 nicht geschafft haben, komplett. Ich muss grad mal, Entschuldigung, ich muss grad mal einen Schluck trinken, ich hab was im Mund. Das stört beim Reden. Das klingt falsch. Ne, einfach ein Haar oder irgendwas. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ah, so. Entschuldigung. Ich weiß, das macht man, äh, in einem professionellen Let's Play nicht ab. Wir machen ja keine professionellen Let's Plays, ne? So. Nein, also, das ist das Letzte, was wir machen. Kann ich eigentlich... Ja, okay. Musste man mal testen. Aber die Kakteen töten mich nicht. Ja, es heißt Kakteen, ich bin klug. Ah, so, was ist das hier? Irgendein... Irgendein Ding. Nein, ich wollte Scheitschappen machen. Dann eben so. Das wär jetzt natürlich, wenn das jetzt alles beides Muncher werden, wär das ein bisschen fies. So, aber die Kakteen töten mich nicht. Gut. Vielleicht da rein? Irgendwo? Nö. Die Musik hypnotisiert mich, das ist so diese typische Wüsten-Du-schläfst-gleich-ein-Musik. So ne, so ne Musik wie wenn man grad ne Fata Morgana sieht oder irgendwie sowas. Also gut gewählt für das Gebiet, aber gerade ein bisschen ermüdend. Weil, guckt auf die Uhr. Nein. Gut, hab ich das gemacht. Ich musste morgen früher auch in die Uni, aber das ist jetzt hier nicht relevant. So, irgendwie hab ich wieder lange keine Yoshi-Coins mehr gesehen. Aha. Das war dann Nummer 3. Oh Gott, wir haben zwei Yoshi-Coins verpasst. Willst du mich veralbern? Hm. Okay. Warum nicht? Plum, das hat zwei. Wieder ne etwas schlägere Musik. Wo man nicht einsteigt gleich. Sehr schön. Da ist doch bestimmt mit der Plattform eine Yoshi-Coin zu erreichen. Das seh ich doch von hier. Natürlich. Und auf der Seite sind nur Münzen. Gut. Nie. Dann lass mal her. Lass mal das mal. Alter, nicht so viele Hammer-Brüder hier. So, hier ist der Yoshi-Coin. Nein, nur Münzen. Jetzt mal. Okay. Kann ich hier rein? Nein. Da ist ne Yoshi-Coin zu erreichen. So. Äh. Ups. Hier kann ich auch nicht rein. Ach, das ist die Musik. Beziehungsweise ein Remix davon. Gut. 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 Ja, so viel wie ich hier laden musste ich ja noch nie. Aber es liegt natürlich nur an diesem Hammer-Brüder, der mir... Machen wir es anders. So. Wenn es obenrum nicht geht, geht wir eben untenrum. Irgendeine von den Röhren geht bestimmt. Ach, die wohl Münzen drauf sind. Natürlich. Natürlich, die wohl Münzen drauf sind. Wie sollte es denn auch anders sein? Ich muss hier immer... Ich muss in dem Heck gar nicht lange suchen. Es muss einfach... Es gibt immer offensichtliche Wege. Die offensichtlich sind. Gut, das war für den Yoshi-Coin. Sehr schön. Die suchen wir hinten. Und da ist der Midway-Point. Prima. Dann gehen wir... Dann gehen wir hier wieder drauf. Aber das sind diesmal wieder alle Münzen. Gut. Nichts weiter Wichtiges. Töte mich, indem du mich nach unten stößt. Kein Ding. Kein Ding. Oh, Yoshi-Coin. Oh, Pilz. Der ist schön platziert. Flup. So, ist hier oben sind wieder nur Münzen. Ja, gut. Ein Yoshi-Coin fehlt noch. Ich glaube, diesmal kriegen wir sie. Die dürften wir noch nicht verpasst haben. Das sollte mich sehr wundern. Wollte ich da schon rein? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich wissen. Ich glaube... Ne, ich gehe nochmal zurück. Denn ich glaube, ich will nochmal erst da hoch. Ja. Siehste? Ach komm, dann machen wir das eben so. Beziehungsweise... Ah, jetzt. Gut, ich dachte schon. Ich bin so blöd dafür. Also bin ich auch, aber... So, so geht es natürlich auch. Ach! Jetzt hat sie gepasst. Gerade eben hat sie verglitscht. Ich dachte schon, die wäre wieder auf dem... Na, auf dem Screen-Dingens gelegt. Aber anscheinend... Weiß ich nicht, ob... Wahrscheinlich ich die nur gerade verglitscht. Aus Gründen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ich schaffe es ja immer. Ist ja kein Ding. Nein, jetzt muss ich nochmal auf das Ding. Gut. Gehen wir durch. So, solange die Exits funktionieren bei den Leveln, bei denen sie funktionieren müssen, ist ja alles gut. Ach, guck mal, hier gibt es schon wieder den grünen. Pyramide. Schön, äh... Von der Farbe her auch. Schöne Koloration. Huch! Manchmal mache ich so Zeitsprünge, weil ich es so selbst jetzt irgendwann mal gesetzt habe. Vor Jahren. Big Mario Discrimination! Big Mario Discrimination! Big Mario... Das ist okay. So. Okay. Da reagieren die eigentlich ja ganz empfindlich drauf auf Big Mario Discrimination, die wir hatten bei SMB Central. Wundert mich ja fast, dass der angenommen wurde, deswegen. Gut. So. Hallo, P-Switch. Das war auch sichtlich, dass du hier oben bist. Ich... Hier dann mal herunter. Ach, wo wollen wir denn jetzt hin? Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Okay. Whatever. Guck mal, ich habe noch einen P-Switch dabei. Edge. Hast du dir nicht so gedacht? Ich kann hier rein? Okay. Jetzt bin ich wieder hier? Was? Jetzt hätte ich zwei. Jetzt könnte ich einen sogar regulär mitnehmen. Soll ich den hier drücken einfach? Was willst du denn hier von mir? Ach, soll ich das springen? Nee. Warum will ich springen? Was man hätte mitnehmen können? Hm. Was ist in den Türen drin? Schauen wir mal, ob es hier weitergeht. Yoshi kann es aber auch noch eine einzige bisher erst gefunden. Hier geht es natürlich rein. Aha, hier ist ein Springboard. Okay. Das kann man mal hier benutzen, um hier hochzupfen. Auf jeden Fall. Oh. Da war so ein Durchgang. Okay. Dann sind wir hier. Eine Labyrinth-Pyramide. Ich weiß, dass ich Spinschumpen kann. Danke, Spiel. Danke. So. Sehr wie bei Donkey Kong, wo irgendwelche Sachen angezeigt werden, was man drücken kann. So. Hui. Wir sind in der Luft irgendwo. Und hier ist der Secret Exit. Jawohl. Prima. Ach, das... Das soll jetzt wahrscheinlich die Pyramide sein, aber die schwebt halt in der Luft, weil hier unten wieder keinen Boden gesetzt hat. Vor allem hat es am Ende so hochgescrollt, da hat man es erst recht gesehen, dass es in der Luft schwebt. Also das soll wahrscheinlich die Pyramidenspitze sein. Sieht aber immer echt komisch aus, dass da unten kein Boden gesetzt ist. Das sieht immer merkwürdig aus. Das hatten wir schon im vorletzten Video, am Ende von dem Boss. So, grüner Switch. Yay. Das Itempuzzle werden wir komplettieren, natürlich. Da wollen wir die Shell hinsetzen. Dann wollen wir den Grauen holen und das Springboard. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Itempuzzle hier sonderlich kompliziert wird. Das scheint mir sehr vorgegeben zu sein. Da kommt ein Grauer raus, natürlich. Den Grauen drücken wir, holen uns das Springboard. Und das Springboard nehmen wir dann in die Röhre hier mit. Genau. Und dann sollten wir beim Switch sein. Also noch hier hoch. Okay, wir sind noch nie so ganz beim Switch. Ne. Die Blöcke jetzt jetzt auch nicht. Ach so. Ach so. Du machst es mir noch ein bisschen spannend. So, dann eben hier hoch noch. Ach guck mal, nochmal so ein Ding. Äh, hätte ich die Shell mitnehmen müssen. Natürlich. Hab ich gedacht, die brauche ich nicht mehr und nehme sie nicht mit. Und dann brauche ich sie natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Nein, wer macht das mit Shellchump? Ich schmeiß die da bestimmt nicht hoch. Das wäre viel zu einfach. Au. Ne, ich will doch nur den Shellchump machen. Danke. Jetzt ist aber der Switch. Ja. Yay. Switchchump. So. Prima. Das war schon der dritte. Dann machen wir jetzt hier den Normal Exit. Ach so, hier kommt jetzt ja theoretisch eine Feder raus. Wir haben hier noch überhaupt keine Fehler gehabt in dem Hack. Aber ich habe hier auch nichts, was ich gegenschmeißen kann. Im Moment zumindest. Später habe ich... Ach. Blick mal, you discrimination. So. Ups. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das Viech da kommt. Ach guck mal, hier kann man ja auch runter. Das ist immer vorne gar nicht hin. Das will ich mir mal angucken. Das will ich mir mal angucken. Dafür müsstest du sterben. Und du und... Du und... Ach, das ist eine Yoshi-Coin. Okay, cool. Schöne Idee. Schöne Idee. So, du stirbst. Ja, ja, ja. Sehr schöne Idee. Dann sind wir wieder hier. Da wollen wir also den Peace-V... Schnee wollen wir? Weiß ich gar nicht. Jetzt wissen wir ja immer noch nicht, was da... Warum ich hier in die Röhre hätte gehen wollen. Wollen, eventuell... Kann ich jetzt hier durch eigentlich? Da komme ich jetzt ohne das Springboard hier oben raus. Ach so, und hier geht es ja nochmal weiter. Richtig. Genau. Dann komme ich wieder hier raus. Okay. Also will ich in die Röhre. Und ich will mal den Switch wieder mitnehmen. So. Also eigentlich soll man den natürlich nicht mitnehmen, aber... Ich müsste hier mit einem Springboard hin. Also eigentlich... Wo kriege ich denn hier ein Springboard her? Also ich weiß, wo ich eins... Ach, no. Wir hatten hier doch eins. Wir müssen es ja nicht nutzen, um hier hochzuspringen. Sondern wir... Jetzt... War das erst noch ein anderer Weg? Ja, okay. Das war jetzt noch der Weg. Jetzt genau. Das hier hatten wir ja schon. Und das kann ich hier durch die Röhre mitnehmen, natürlich. Und dann sind wir natürlich hier. Und dann kann ich damit natürlich hier durch die Röhre... Nachdem ich den Peace-Fitsch noch eingedrückt habe, natürlich erst. Ist ja logisch, ne? So. Hops. Dann drücken wir gleich hier. Das sollten wir locker schaffen bis nach unten. So. Und dann nehmen wir dich mit. So. Jetzt passt die Sache. Jetzt kommen wir weiter. Flups. Uff. Voll in die Stacheln reingerutscht. Hat ein bisschen wehgetan. Aber nur ein bisschen. Midwaypoint. Gut. Blummel. Blummel, Blummel, Blummel. Äh. 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 Okay. Ach. Natürlich gehe ich voll rein. Warum denn auch nicht? So. Jetzt... Hat er mir hier noch lauter Obstacles in den Weg gesetzt. Hä? Wo kamst du denn jetzt her? Äh. Hat man sich jetzt... Man hätte jetzt einfach auch warten können auf den Peace-Fitsch. Weil jetzt hat man sich natürlich damit total verschwert. Oder würde man am Ende belohnt, wenn man hier schnell durchkommt? Bin ich mal gespannt. Und ansonsten gibt es überhaupt keinen Grund. Wie mache ich das jetzt hier? Jetzt. Ansonsten gäbe es überhaupt keinen Grund hier mit dem... In der Peace-Fitschzeit durchzurennen. Nö. Wirst du nicht belohnt. Okay. Gut. Warum nicht? Ja. Jetzt sind wir hier oben. Und jetzt hier halt wieder diese Sache mit der schwebenden Pyramide. So merkt man es ja nicht. Aber... Wenn man halt runter geht. Dann fällt es auf. Dass sie schwebt. Und keinen Boden hat. Naja. So. Plumdys hat vier. Das ist doch schon wieder hier SMB3-Grafik. SMB3. Ja, das ist auch wieder so ein typischer SMB3-Aufbau. Ich... Ach, das ist nicht... Ich mag's nicht. Ich mag SMB3 nicht. Mann. Das findet nur jeder da an. Naja. Aua. Voll in den Pumangerei. Das sind auch typische SMB3-Gegner. Die mag ich auch nicht. So. Pumang-Brüder. Niemand mag euch. Geht weg. Au. Au. Was mach ich denn heute? Ich sollte aufhören mit der Aufnahme. Machen wir gleich. Den Level machen wir noch und dann hör mal auf. So. Und hops und hops und hops. Hui. Ist das der Midwaypoint? Das ist der Midwaypoint. Gut. Aber ein schöner Midwaypoint. Mal etwas anders. So. Kann ich da rein? Nö. Kann ich. Aua. Hier rein? Nö. Kann ich. Oh Gott sei das viele. Ich kann bestimmt da rein, wo die Münzen sind. Wollen wir mal wetten? Klar. Dö. Warum ist das Ding schon aktiviert? Huch. Ach so. Spiegelbild quasi. I see what you did there. So. Dann komm ich hier unten raus. Okay. Okay. Die anderen Röhren probiere ich jetzt gerade mal nicht aus. Bin jetzt zu faul. So. Hier sind doch bestimmt Blöcke. Nein. Hier sind keine Blöcke. Dann gehen wir mit euch da hoch. Gehen wir nicht. Dann gehe ich hier mit dem Springboard da hoch. Das ist auch in Ordnung. Nein. Boomerang. Alter. Was tust du? Tu das doch nicht. So. Ja. Kommt der Koopa noch angesprungen. Irgendwie haben wir hier schon wieder ganz viele Yoshi-Coins verpasst. Habe ich den Eindruck. Halt. Oder die kommen noch. Man weiß es nie. Da ist auf jeden Fall Nummer 3. Für uns. Dann gehen wir oben rum. Und hier durch. Oh. Schon wieder zwei Yoshi-Coins verpasst. Also irgendwie finde ich die in dem Heck nicht so gut. Naja. Ach komm. Das Schwimmlevel machen wir noch. Dann haben wir es weg. Oh leid. Das ist schon wieder so eine Schlafmusik. Verdammt. Und es ist kein Schwimmlevel. Es ist mehr so eine Oase. Eine schöne Oase. Eine sehr schöne Oase. So. Schauen wir mal ob wir jetzt wieder alle Yoshi-Coins bekommen. Wäre natürlich schön. Ii. Nee. Nummer zwei. Nein. Was tue ich denn? So. Hops. Jawohl. Und hops. Nein. Da komme ich nicht mehr hoch. Gib mir eine Shell. Jetzt habt ihr natürlich keine Shells für mich. Sondern nur normale Kompas. Ist klar. Verdammt. Da komme ich nicht mehr hoch. Oder komme ich da, wenn ich Anlauf nehme? Ne. Bin keine Chance. Mist. Mist. Mal gucken, ob ich mit dir tricksen kann. Gib mir. Oh wei. Das haut überhaupt nicht hin. Kann man die nicht so drücken, dass die nach drüben fuhren? Nee. Nee. Dann bleibt die Yoshi-Coin eben, wo sie ist. Wenn er mir keine Möglichkeit gibt, sie zu holen, dann Pech. So. Protestiere ich wieder. Auch wenn der erste Protest natürlich, äh, nicht gerechtfertigt war. So. So. So, 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 so. Dann brauchen wir halt nur noch vier Yoshi-Coins. Oh, das war ein großes... Große Vase. Nee. Aua. Tu mir doch nicht so weh. Nein. Alter. An die komme ich auch nicht mehr ran. Da oben waren die Yoshi-Coin. Da komme ich nicht mehr zurück. Hm. Hm. Für Yoshi-Coin's Reweint ich nicht. Nö. Seh ich nicht ein. Gesehen habe ich sie ja. Gut. Flaming Bones machen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.